Guten Abend aus Budapest vom Team Diskriminierung. Wir sind heute Mittag in der Hauptstadt Ungarns gelandet, hatten gleich unseren ersten Termin. Wir waren etwas außerhalb von Budapest in einem Familienübergangsheim und die Menschen dort leben wirklich am Rande der Gesellschaft. Die Frau, mit der wir da waren, die sagt, die Regierung kümmert sich nicht, die EU kümmert sich nicht, wenn wir keine Spenden bekommen würden, dann würde dieses Projekt auch nicht funktionieren. Und die Kinder, die dort aufwachsen, das sind wirklich verlorene Kinder, so sagte sie uns. Ihr dürft gespannt sein auf die Geschichte, die in den nächsten Tagen kommt. Soviel erstmal aus Budapest. Gute Nacht.